Erstmalig nach Bekanntmachung seiner Krebserkrankung hat sich König Charles III. wieder bei einem beruflichen Termin gezeigt. Der britische Premierminister Rishi Sunak besuchte König Charles am Mittwoch im Buckingham-Palast. Bei dem Treffen erzählte der 75-jährige Monarch, er habe viele wunderbare Nachrichten und Karten bekommen. Das habe ihn zu Tränen gerührt. Charles hatte Anfang Februar öffentlich gemacht, dass er eine Krebserkrankung hat. Nicht bekannt ist, um welche Art von Krebs es sich handelt. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.